so mehr nur die Leute und jetzt sie kommt auf dem nächsten Aufnahme von Terraria Alex darf jetzt nicht zur Begrüßung beitragen weil der die ganze Zeit durchgehend aufgenommen hat sich jetzt nicht dass er mitmacht und genauer und immer mehr um und mal hast du zufällig ein Sternstück Prozent muss sich gucken weil ich bin gerade in einem Kampf verwickelt und das kann ich das machen ach und ich habe es gehe ich habe ich habe kein Ziel ich habe es kein Sternstück das ist jetzt versuche oder dass ich dafür hasse ich das und ich mache was so einfach alle die Fels von mir die ich nicht brauche im Tresor warum ist das verdächtig auch schon da okay das wird er auf dich gehen bis zu knapp sein gestürzt alle ablehnen bräuchte noch irgendwas er hat das so was er mache ich aufnahme Pause ähm und geh vom Server wieso ich hab keinen Bock auf das wir verlieren doch gegen die es nicht auf dich gehen warum nicht ach weil ich zu weit weg bin ich hab jetzt meinen Stab und ich werde die einfach wegfüsten ja das will ich erst mal sehen aber wenn das zu mir kommt dann gehe ich aber vom Server wirklich woher kann ich nur nachts machen mann jetzt muss ich warten ey ich fühl mich echt gewartet aus hatte ich keinen Schritt genommen wir kommen mal hier jetzt zurück und wir bauen Haus weiter ey Dekor kannst du dann währenddessen auch vor dem Server gehen äh ich sehe ich gehe eben so lange ist dieses um für in fünf Minuten geht ich komme selber und wir können am Haus weiterbauen was überhaupt ein Spiegel erzeugt hat mal ganz kurz gefragt und wenn ich einen finde dann kommt natürlich gerne ich habe ein Spiegel schön und ich habe auch so gut von Chichiro Ui nur und ich habe eine Flasche und ich habe einen Klopp in Prozent ich habe es ernst nehmen Prozent blizzard in Bordel und das ist ein Teil der Brutzhaar Schutz Minus was auf dem Saar USA ich weiß nicht mal was es ist USA auch sieht aus wie so ein Blatt oder so zu Platz hoch und ich bin gerade meine Fertigkeiten an Slimes und meinen Wollen Sie 30.000 Abonnenten kaufen ich will wollen die Blumen kaufen aber das kostet eine Million Euro ja ich bin so das machen wenn die mal so sagen ja würdest du das mal machen wenn man das äh wenn man sich Abonnenten kaufen würde für eine Million YouTube Money YouTube Money YouTube Money nein Alter ok allein ich hätte das Geld nicht und außerdem würde ich mir Abonnenten fair verdienen wollen hm du du mal angenommen und die gucken dann regelmäßig auf deinen Kantmann du würdest dir so ein Abonnententum wie Gronk kaufen können und du kaufst dir das mit dem Geld ja die gucken dann regelmäßig deine Videos und das wird einfach dadurch finanziert dass du ein Jahr kein Geld von YouTube bekommst dann ist der Hype dann auch irgendwie da und die Leute die gucken dann einfach deine Videos regelmäßig mir geht's aber einfach nicht ums Geld und ich würde mir lieber eine Community aneignen die mich auch mag und mit mir diskutiert und so und keine Leute die irgendwie davon Kronk dafür bezahlen es ist eine Art der Lenz ist noch nicht ernst nachschreiben dann wird ja natürlich schön ist die auf der Fischerei machen aber ja ja das sagt Kader ist sicher der richtige weiß noch Tommi ja du willst so oder so machen du Film geiler Jungen ja ich bin mit ihm auf einer Schule und auf jeden bis zu mit dem auf einer Schule ach so hoch das sind also und ich hab das ist ein Abonnenten nicht mehr unterirdische Kiste ja Hermes Stiefel Hermes Stiefel sag ich nur gerade bei mir ne ich meine das Auge von Cicillo ich meine das Auge von Cicillo und und Cloud in the Bottle echt oh kann ich die haben du kannst von du kannst von mir aus du kannst von mir aus die Cloud in the Bottle bekommen wieso nicht oh ich hab keine Mana mehr das hab ich eigentlich nicht mitbedacht oh oh ich hab nicht nachgedacht Scheiß an das Viking ich muss ja Mana regenerieren ich finde das irgendwie voll scheiße dass die Entwickler von Terraria ähm an der 2 Kings ähm in das unterirdische Schneeparadies gemacht haben weil die nerven einfach richtig ab die haben voll viel Leben machen voll viel Schaden wenn du am Anfang bist und wirst du looten und dann machen die dir tausend Schaden eine Million fünfhundert acht Half-Life eins oder zwei eins oder zwei Apropos Half-Life ähm ich Half-Life Kumpel aus der Schule ja das Spiel der ist in der zweiten Form der ist in der zweiten Form ne 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 gut wenn den kaputt hast dann rufen mich nicht rufen mich Junge schmarrn kaputt vor allem du wolltest mal meine Telefon nochmal ich Aua nein das ist doch und 6 ja dann haben wir wahrscheinlich sich dafür die falsche gegeben oder so konnte ich aber nicht erreicht ne du musst äh ich wohnen ja ne 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 insgesamt da kam diese Nummern ist nicht vergeben ja du musst eine andere Vorwahl so stattdessen also vorwahl er ist das vorwahl schreifte dazu ich dachte du wär schlau oder auf jeden Fall ähm in der Haas leidt sich bald zu Ende jetzt können wir nichts habe du hast du dich besiegt brauchst du die Schwierigkeit und so und noch ein zweites hast du überhaupt dein Leben wieder regeneriert Arsch ist er habe ich sogar für derzeit auf Leben und so aber an die Söder okay ich lasse mir den Einwanderstern jetzt da liegt und dann teleportiert er sehe ich zu mir weil das ist für Notfall kann man die gut benutzen man muss einfach die kleinen Viecher töten und dann sind die überall Mana Sterne los Jungs 2 Junge ich dem Auge gebe Junge was los das ist muss ich brauche echt Mana trinke für solche Kämpfe ja ich hab wieder keine Mana mehr was du kannst der Guide ist oder so zu dir und scheiß ich drauf ob ich zu unserem Haus liegen okay ich kann jetzt mit einem Schwert gegen das Auge das ist ich hab's oh ja ich hab Mana bekommen ja jetzt geht's in die zweite Form jetzt geht's ab Junge jetzt gehört gut woher hoher hoher ich ficke dich in den Arsch du bist er hoher ich verliere manchmal meine Maus einfach mal ein Bildschirm die freundlichst 11 später und wenn ich 100 leben mehr habt dann küsse ich dich ich glaube das stirbt jetzt bei der aktion denn dann bin ich auf die die dafür brauchst du aber noch diese solle ich hätte schön das machen kriminezbaren und dann mache ich mir eine schöne rüstung nein ich habe es nicht mehr schwer zu haben noch bitte danke aber vielleicht nicht ja auch die haben es schiefen Prozent Euro und Schwert machen erwarten sich hat macht das Prozent 2 20 alle ausräumen und dann müssen wieder zurück tun ist das kennt man ja das kennt man eisen und eine reise münzen jetzt sind die sie wenn es nun zu weg ist das ist jetzt blödes jetzt das jahr selber drei stecks silbermünzen hatte ich diesen einfach weg ich bin noch richtig so was er ist er gehört wird so über die bildung ist er für nicht blöd er warst nein du brauchst dafür dieses komische jahres erinnern was von es war das sind auch nicht mehr breit auf ticino wort hat sich erst ich habe es gar nicht gesehen und ich hab schon die eben das Feuer gefunden Lava ich bin schon so tief mit Lava Stimmt welches Feuer jetzt bekomme ich schon wieder nur die 5 Schaden also wie schon gesagt ich bin heute sehr heißer also habe ich in irgendeinem Video gesagt jetzt komm mal hoch ein bisschen ja ja sehr heißer ich auch ja ich hab kennst du Flappy Bird das Spiel ich spiel das und deswegen habe ich so eine Art äh äh ich hab zu viel geschrien und deswegen habe ich halt irgendwas mit 12 mein Rekord ist 42 ich spiele es nicht so oft aber was ist deiner? ja ich suchte das Spiel einfach so unnummer immer wenn ich ein neues Spiel habe das ist das auch schon als ähm hier Fanny Games kommen nach Hause ich ruhe die Habe steht das weißt du äh wie hieß das kann nochmal ja stimmt was denn wie soll ich denn das machen ich musste doch dein iPod aufnehmen äh Handy meine ich es gibt bestimmt irgendein Aufnahmeprogramm aber ich weiß nicht wäre halt relativ langweilig glaube ich jemanden zuzusehen wie man mit dem Pool die ganze Zeit auf und ab fliegt da wir möchte kürzere Folge und dann wenn ich das jetzt ähm und danach später dann ist es ein sehr wichtiges Jahr und das ist nicht nur noch eine stelle Schöpfung ein Standort das ist neun ist nicht an der 2 Kings kommt mir jetzt nicht mit der Tour aber ein 70 Schaden bekommen ein okay er in der GK hat er gar nicht auf mich ist es ein wenig stört ich gehe vom Server hat sich ganz schnell so ihr könnt ruhig meine Server IPs sehen da hallo die kann noch erst die Uhr haben so schwer und so haben wir in der Zeit nein das musste rausblenden mit einem schwarzen Balken Hälfte Städte und Störner Schaden weit ausblenden dass sie dann doch der Maschinen Kiegel ist doch okay das ist du musst ja gehört nach seiner Maschinen ich werde da nicht alles können die könnte ich auch machen vielleicht ich habe mich immer wieder kommt als er studiert ich hab voll den großen kann er so ist es gilt du mit dem großen Camtasia-Skills-Stelle leist im Tinten er kann sein dass ich keinen einzigen Stern finde ein Stern das war noch mal der Magier-Kristall ja so jetzt kann ich ganz viel zufrieden so schön mit Spiegel doch hier so ja ich möchte ja ich möchte mir einen Enterhaken machen das ist einfach an die Kiste ein Teil ist das doch eh alles untereinander ja okay wir teilen das doch eh alles wir teilen das doch eh alles ich möchte mir doch ich bekomme was so fertig ja so jetzt tun das in die Kette und dann ich raus wo er ist dass man die Kiste wenn ich schon genug habe für den Enterhaken Prozent und genug für den Enterhaken habe ich nicht tut du mal rein alles das hast du alles bekommen ja wir sind geworfen ja wir sind er aber immer die Oma schon klar dass auch noch irgendwas was genau den haben wir aus der Maschine bekommen nicht von dir er hat ja die neue Maschine ist auch noch die Leute in der Flasche sind da wie habe ich mir gerade nein nur die Hermes Stiefel und die Zeit ist jetzt so wie so zu Ende also würde ich sagen Tschüss tschüss